Ein feindliches Team jagt dich! Pass auf! Ich werde beschossen! Ich bin unser Beschoss! Ich habe da gerade Feinde bei mir! Zweite K.O. Zweite K.O. Zweite K.O. Über uns! Ich muss einen dritten K.O. K.O. Wieder ein K.O. Was ist denn los? Wie geht die Muni aus? Bei der S.H.A.D. sind ein Stück. Der Pfeil nähert sich! Der Pfeil nähert sich! Genug aufgewärmt! Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet! Geht's bei dir? Ja, ja! Ich hab den mit der Schmied bieten geholfen, aber ich muss nicht dreimal aufpassen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ist aber nicht gestorben! Ich hab den mit der Schmied. Ich habe gerade zum Schluss den letzten Schmied. Ich steh' mit dem Schmied. Ich steh' mit dem Schmied. Ich steh' mit dem Schmied! Ich würde sagen, wir fehlen uns! Lass wir mal eure Arme! Zu mir! Zu mir! Auf der Minimap siehst du, wo wir hinschauen und den Pfeil Da ist was markiert am Minimap Das ist Orange Schiebst du mich? Ja, bin ich eh richtig, oder? Ja, ich bin schon eh richtig, ich sehe dich Hopp! Weißt du schon? Da blicken wir jetzt mit mir dahin, wir nutzen die Vision und dann gehen wir von außen nach innen, wie du gesagt hast Dann gehen wir immer wieder laufen und weit gehen Ja genau, praktisch, einfach Genau, das tue ich gerne Das ist die Frage, ob wir dahin gekommen sind Das ist relativ eilig Aber es dürfen sich bei mir ausgehen Du fühlst um höher als ich ganz bei dir Ja, die sind Beinde sind uns in der Kalle noch nicht rum Das heißt, wir haben da viel Zeit Wir sind da einfach für die Ruhe dass wir schön können Wir sammeln da viel Geld und dann können wir uns zwei, drei Mal einkaufen Beinde links unten Genau Beinde links unten Beinde links unten Ja, passt Ich bin... Ich kann gleich noch... Ich kann 22 Mein Primärziel ist, dass sie alle zu töten Wo gehst du? Pass auf, bei dir vom Beinde Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin da auch nicht gleich Mein Wappen Das ist immer gut Falls einer mit einer Kneten auf der Schütze ist das vielleicht durch Kopfgeld, Ziel markiert Ausschalten Aber ich Habe was auch eine da Ja, ich weiß Du wirst es sehen Das sind deine, die müssen wir angreifen Ich habe keine Karten gesetzt Also Wenn es geht dann Jetzt einmal Klangquatrat markiert Jetzt beschießen Hier ist Stryker 3-1 Alles klar Luftschlag im Anflug Keine Treffer diesmal Ich bin aufgel... 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 Das ist hier... Verbreitetes persönliches Radar... Du brauchst dringend weil das ist ein Unterbierende Wie geht das, Tab? Der Rechtsdrucker oder so Steht eh Du bist aufgel... Du bist aufgel... Du bist aufgel... Keine große Hilfe Du sollst angreifen Hinter dir ist er Hinter dir... Wie gesagt... Wie gesagt... Hilfe... Hilfe ist nicht nur von der Weiden Sondern bei mir stehen Weil die sind zu zweit Ich habe keine Chance gehabt Das ist die Mission eigentlich da Und ich habe keine Chance Wenn ich allein bin Wenn du da von der Weiden Tür schaust Weil die wissen nur, dass wir kommen Ich habe das gesehen Ich habe das gesehen Ich habe es ganz schlecht Ganz schlecht Du jetzt da angreifst Du schlechter Und die Mission Also da war wirklich super Alles besser Das Gas kommt Was kriegst du was ich tue? Die sind nur bei dir Die sind auch bei dir Da bewegt sich was! Das passt. Vorsicht. Hier ist unser Stecker. Du schießt schon auf mich. Nein, Frau. Nein, bitte. Wieso? Wir sind zu zweit. Statt uns an, drei Füße hoch. Ja, genau. Siehst du das? Allein hast du keine Chance. Außer du bist wirklich schon voll gut eingespielt, aber das sind wir beide nicht. Das heißt, wenn sie es nicht mehr durchfangen, kannst du es irgendwo machen. Der selben Scheiß. Kommst du nirgends von mir? Nein, nein. Ich bin zweimal gestorben. Ich habe keine Kohle. Ja, ich brauche Kohle, oder? Ja, und direkt bei den Heiser ist überall Kohle. Du kannst dir die Heiser aussuchen. Da ist ein Feind. Wirk weg. Wirk da her. Nach links. Da zu den Heiser, ja. Da ist es für dich immer besser. Am besten ist, wenn du zu Hause aussuchst. Wie gehst du da? Oder gehst du da? Irgendwann zu aussuchen. Einige. Und Geld sammeln. Waffen nehmen wir gleich. Zuerst hier offen. Genau. Zeige. Und wenn du keine Kisten hörst, dann gehst du einfach weiter. Jetzt gehst du das nächste aus, das war das Tor. Das war das Tor. Außenspringer und so in das nächste auch sein. Da ist die Tür schon offen, das heißt da war. Ja. Die Kisten hier hat auch keine. Kannst du trotzdem mal schauen, aber... So aufpassen, von der Seite war irgendwo noch heim. Wenn du da jetzt hinlaufst, das ist die heimliche. Oder die nächste. Ich werde jetzt die in ein anderes Haus nehmen. Das nächste Beste. Einige und nachschauen, ob man irgendwas, ob man irgendwas vergessen hat vielleicht. Da legt ihr Geld einfach so an. Man hört schon wieder die Kisten, das ist ein schlechtes Zeichen. Die waren ja nicht grün für uns. Das ist ein schlechtes Aufpassen, das verstecken sie sich meistens. Ich hätte mal irgendwas im Spiel gelassen. Interessant. Schüsse, erstmals, aufpassen. War nicht fertig. Wieder das kleines nächste aus, eine. Das ist die Piaguro. Links, da fallst du Tür. Jetzt rechts. Da geht rein. Ich habe eine Kisten. Da ist eine Kisten drin. Habe ich eine Schritte? Da ist er fein. Wenn es geht, Pirschen. Flotten rein. Dann habe ich eine Kisten auf der linken Seite von dir. Links von dir. Entweder ist es über dir, oder ist es links im nächsten Gebäude. Gehen wir da ein Piri, ja. Rechts ist es jetzt. Da vorne ist es. Da raus aus dem Fenster. Hinter dir. Da hast du Fenster auszuschneiden. Rechts eine da. Das nächste. Ich nehme mal weiter. Da eine. Und jetzt links. Und die Ecken gehen. Gerade raus. Nächste links. Und da jetzt eine. Kiste. Tadaa. Kiste gehört. Und da ist eine MP7 unter dir. Oder? Mit Schalldämpfer irgendwas. Das ist doch. Die nimmst. Alles was Schalldämpfer ist, hängst du nicht am Radar. Und auch. Die Kisten sind gekommen gerade. Aber da sind. Wo ist es? Feinde sind. Da ist ein Feind. Und da ist ein Feind. Da ist ein Feind. Und da ist ein Feind. So tat ich jetzt. Aber du kannst da wie du bist natürlich. Du musst es auch sagen. Weil ich habe keinen Trost. Ja. Schau dir das mal an. Ob es passt. Aber du kannst nachher auch sagen wie du machst. Da musst du hinter die Kisten. Kein. Kein Nehmer. 5,4,1. Passt. Und ich tat jetzt weiter. Hier runter. Die Richtung gleich Schuss. Laufen. Jetzt geht's. Durchlaufen. Wenn du jetzt zweimal auf den Joystick ruckst. Sehst du das? Dann sprintet der. Das ist der Superbrille. Der dauert ein paar Sekunden. Sehr gut. Da ein ins Haus. Und dort warten. Einspringen. Schauen was da drin ist. Da ist eine Kohle. Da ist eine Munition. Sehr gut. Links von dir ist eine Kohle. Bist du? Der Haufen. Genau. Munition dort war ich. Die brauchst du auch. Und da ist eine Kistenfahrie geradeaus. Da kannst du wieder springen. Und da hast du wieder Kohle gekriegt. Das heißt du kannst dort schon einkaufen. Jetzt gibst du. Ja. Links wieder. Also einkaufen tust du so. Da ist jetzt. Links von dir ist der sichere Schock. Siehst du? Ich habe markiert. Das Grüne. Da ist ein Schock. Du gehst links aussie bei der Tür. Links. Und tue die andere Waffe rein. Mit der triffst du nichts auf Distanz. Genau. Da läufst du jetzt hier zum Schock. Tust x lange halten. Und dann steht dort mein Name mit 4500. Mit A kaufen. Aber du kannst ein Feinde sein. Also das ist schon riskant. Ich wäre sogar. Herrischer Venus. Die nächste links. Die vonne ist eins. Die vonne ist eins. Die vonne ist eins. Hucker. 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 Nein. Nicht schießen. Der ist zu weit weg. Betriff's nicht. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Aber nicht ihm ausschauen zu. Weg. Wenns jetzt zum Schluss ein 2. Pass auf. Lass ihn weglaufen. Am besten. Lass ihn weglaufen. Du kannst da vorne. Geh nach oder raus. Rechts. Und dann wieder. Stickerl 4. Und dann wieder rechts. Da ist der Schock dann. Jetzt rechts. Da ist der Schock. Sechst du. Links. Die Kiste. Die Kiste. Das ist der Schock. Kiste. X-Drucker. Me freikaufen mit A. Fertig. Dankeschön. Und ich bin wieder im Spiel. Ja gut. Das war's. Das war der Schmenn. Ich hol mir einen Drop. Das heißt, ich hol mir die Ausrüstung. Ich hol mir die Ausrüstung. Du hast dich sehr gut gebraucht. Perfekt. Ich komme jetzt zu dir, wenns geht. Weil zu zweit haben wir mehr Schanzen, als du einen verdienten. Oder zu zweit haben. Oder zu zweit. Oder zu zweit. Die läuft zu dir. Wenn sie's. Verschanzte Wohnen haben. Oder zu zweit. Oder zu zweit. Oder zu zweit. Post attack. Pfeifschwung. Bei mir. Ich pflegt. Warte. Der ist hier. Da bewegt sich was. Lauf weg. Warte. Der trinkt mich wieder. Okay. Dem haben wir auch gesehen. Der hat verloren. Ah, da oben war er, da ist es da. Da hat die zwei selbst, dass die fern sind. Die haben eine schöne Kohle und die warten da. Jetzt warten sie noch, wer da von der Richtung kommt. Ich wollte in die Richtung laufen und die haben mich gesehen. Das war mein Fehler. Ja, nicht gut. Na, Baste. So.